Mein Name ist Mascha. Ich war lange Zeit Mitglied bei den Zeugen Jehovas. Meine Kindheit und Jugend bestand aus sehr vielen Regeln und vielen Verboten. Wie unnormal das alles eigentlich war, habe ich erst nach meinem Austritt realisiert. Hallo Mascha, APEX 007 möchte von dir wissen, wer sind die Zeugen Jehovas? Die Zeugen Jehovas sind eine in Deutschland offiziell anerkannte Religionsgemeinschaft, die an den Christentum glauben. Die glauben an Gott, das ist Jehova, sein Sohn ist Jesus und im Prinzip hat der Glaube etwas mit dem Weltuntergang zu tun. Die glauben an Armageddon, dass alle Menschen ausgelöscht werden und nur sie sind die Einzigen, die überleben werden. Abgesehen davon haben die Zeugen Jehovas ein eigenes Gerichtssystem und glauben nicht an die Evolutionstheorie, generell nicht an weltliches Wissen. Damit beschäftigen sich die Zeugen Jehovas eigentlich seit es sie gibt. Es gab sehr viele Vorhersagen, keine ist bis jetzt eingetroffen. Man weiß es nicht. Kevin fragt sich, wie bist du zu den Zeugen Jehovas gekommen? Ich wurde reingeboren. Ich glaube, schwieriger geht es gar nicht, weil jemand, der schon mal draußen war, hat es um einiges leichter, weil er das echte Leben schon mal gesehen hat, wie es wirklich funktioniert. Wenn du reingeboren wirst, du kriegst alles vorgelebt. Dann ist es schwieriger auszusteigen. Also ich bin dabei seit meiner Geburt. Haben deine Eltern nicht gezwungen, da mitzumachen? Was heißt gezwungen? Es ist ja alles auf freiwilligen Basis. Das, was passiert, ist Gehirnwäsche. Meine Eltern glauben daran und wie es halt bei Kindern ist. Die Eltern sind einfach die größte Respektperson im Leben und man vertraut allem, was sie einem sagen. Und wenn sie sagen, ey, wir gehen jetzt zur Versammlung und das ist unser Gott, in den glauben wir, dann denke ich, dass das wohl richtig sein wird und dass das so seine Richtigkeit hat. Gezwungen würde ich jetzt nicht sagen. Schwierig wurde es halt später, wo ich dann in der Pubertät war und schon ein bisschen überlegt habe, rauszugehen. Wie ist es, seine Kindheit bei den Zeugen Jehovas zu verbringen? Tatsächlich, ich glaube bis zum achten Lebensjahr war meine Kindheit sehr, sehr schön, weil wir hatten nicht so viel mit den Zeugen Jehovas zu tun. Wir haben noch in Russland gelebt, hatten ein Haus, Hund, Katze, war sehr schön und waren noch relativ weit weg von dem Glauben. Nachdem wir nach Deutschland umgezogen sind, war das schon sehr schwierig. Also ich durfte zum Beispiel nie auf Klassenfahrten fahren, keinen Kontakt zu anderen Mitschülern haben, also keine Freunde, die keine Zeugen Jehovas waren, keine Feiertage feiern, also noch nie Geburtstag gefeiert, noch nie Weihnachten bis zum 16. Lebensjahr. Sehr, sehr viele Regeln. Slim Brady fragt sich, was ist bei den Zeugen Jehovas alles verboten? Also Feiertage zuallererst, also keine Geburtstage, kein Weihnachten, keine Ostern, kein Halloween, kein gar nichts. Bei mir fing das dann zum Beispiel an, wo ich dann so 14, 15 geworden bin, ich durfte zum Beispiel keine knalligen Farben tragen, also auch kein Schwarz, weil es zu traurig, zu satanistisch ist, kein roten Nagellack, kein starkes Make-up, Tattoos sind verboten, Sex vor der Ehe, Alkohol, Drogen sowieso ist vielleicht auch besser so, Rauchen, Pornos, Masturbation. Und wenn du im Krankenhaus liegst und eine Bluttransfusion vor dir hast, wird es sehr schwierig. Daran sind schon sehr viele Menschen gestorben, für den Glauben. Das alles wird auch sehr stark kontrolliert, was du hörst, was du dir anguckst, mit wem du Kontakt hast, ganz schwierig, wirst du mal in einem kurzen Kleid in einem Club gesehen, es ist vorbei, du bist raus. Hast du dich immer an die Regeln gehalten? Nee, ich habe mich nicht an die Regeln gehalten. Also ich habe mich sehr bemüht, sehr brav zu sein, ein braver Zeuge, wo was zu sein. Aber manchmal hört man halt so eine innere Stimme, die dich von innen so gesagt anschreit, die packt dich so beim Kragen, hier läuft was falsch. Und das ist das Schwierige, da halt zuzuhören und sich nicht einreden zu lassen, nein, das ist nicht gut, du wirst in der Hölle schmoren, du wirst Amageddon nicht überleben. Und ich habe einfach auf mein Gefühl gehört und einfach gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Das haben die dann anders gesehen. Sideshow Bob fragt sich, wieso feiern Zeugen Jehovas keine Geburtstage? Im Alten Testament hat ein Pharao mal Geburtstag gefeiert und da wurde irgendein Dude geköpft. Und da die Zeugen Jehovas die Bibel sehr, sehr wörtlich auslegen, haben die sich das als Beispiel genommen und feiern deshalb auch keine Geburtstage, genauso wie Jesus es auch nicht gemacht hat. Billy fragt sich, hattest du auch Freunde, die keine Zeugen Jehovas waren? Ich hatte Gott sei Dank Freunde, die keine Zeugen Jehovas waren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die in meinem Leben behalten habe, weil letzten Endes waren das die treuen Menschen, die mich unterstützt haben, nicht die Zeugen Jehovas. Mark Häusler fragt sich, ist das eine Sekte? Das ist eine sehr gute Frage. In Deutschland gelten die Zeugen Jehovas als allgemeine rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Für mich persönlich fängt eine Sekte aber da an, wo die menschliche Würde einfach verletzt wird und wo nur mit Kontrolle gearbeitet wird und im Prinzip mit Drohungen und Angst, mit Schuldgefühlen ganz viel. Ich hatte immer Angst davor, dass mich irgendjemand erwischt, wenn ich irgendwas Falsches mache. Das ist ein Leben mit ganz vielen Schuldgefühlen und ich finde schon. Was wäre passiert, wenn die dich erwischt hätten bei einem Regelbruch? Meistens gibt es ein Ältestengespräch. Älteste sind sowas wie Priester. Dann wird sich zusammengesetzt, es wird aus der Bibel vorgelesen, also passende Bibelferse, die dich züchtigen sollen und dann wird es wahrscheinlich Konsequenzen geben, wie zum Beispiel im schlimmsten Fall Kontaktverbot, wie es dann bei mir der Fall war. Julius fragt sich, hast du selbst andere Menschen missioniert? Oh, das habe ich sehr viel gemacht, ja. Also bei uns heißt das von Haus zu Haus. Predigen, das habe ich gemacht. Ja, dann hatte ich mal meine Bibel dabei, meine Zeitschriften, habe dann geklingelt, den Leuten gepredigt und das war sehr unangenehm. Wie haben die Menschen auf euch reagiert? Genervt, natürlich genervt, weil jemand kommt zu dir, macht Werbung für irgendetwas, anscheinend für eine Religionsgemeinschaft, aber letzten Endes ist es ja nichts anderes als Werbung. Es ist halt schwierig, wenn du drin bist, auch wenn du es verstehst, dass du die Leute nervst, denen ihren Freiraum zu lassen, weil du musst es tun. Ansonsten stirbst du ja im Armageddon und du musst die Leute retten. Tatjana05 möchte von dir wissen, was denken die Zeugen Jehovas über Menschen, die an etwas anderes glauben? Also du kannst einer anderen Religionsgemeinschaft zugehörig sein, aber das heißt dann für Zeugen Jehovas, dass sie keinen Kontakt mit diesen Menschen haben werden, außer auf Arbeit oder wenn es sein muss. Ja, da wird jetzt keine nähere Bekanntschaft draus oder so, weil das Verständnis einfach fehlt. Sind Homosexuelle bei den Zeugen Jehovas erlaubt? Also sie sagen immer, dass sie Respekt vor Homosexuellen haben, aber für die sind die halt im Prinzip kranke Menschen. Wenn du homosexuell bist, bist du krank und man kann dich heilen und dann wirst du im Paradies geheilt. Also gibt es auch keine homosexuellen Zeugen Jehovas. Es gibt sehr viele homosexuelle Zeugen Jehovas. Sie wissen es nur sehr gut, sich zu verstecken. Sweet Chili fragt sich, hat man als Zeuge Jehovas auch einen normalen Beruf? Ich glaube, die Zeugen Jehovas haben nur normale Berufe. Alles was in die Richtung der Kreativität geht, alles wofür man studieren muss, das wird im Prinzip ausgeschlossen. Ich zum Beispiel durfte mein Abitur nicht machen. Ich musste meine zweite Fremdsprache recht flott abwählen, weil das alles ja weltliches Wissen ist, was man nicht braucht. Das heißt, Zeugen Jehovas in einem akademischen Beruf wird man sehr, sehr, sehr selten finden. Es sind meistens handwerkliche Berufe oder Berufe, die halt meistens ja auf Teilzeit laufen. Mein Traumberuf damals war, Modedesignerin zu werden. Meine Mutter meinte, nein, 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 du wirst Schneiderin. Am besten Änderungsschneiderin, weil dann kannst du in einem kleinen Laden arbeiten, auf Teilzeit oder noch weniger Stunden natürlich. Und dann kannst du den Rest predigen. Alles fürs Gotteskönigreich. Astroworld fragt sich, hast du Erfahrungen mit Misshandlungen gemacht? Keine sexuellen Misshandlungen, aber psychische Misshandlungen auf jeden Fall. Meine Mutter zum Beispiel ist nochmal so ein Extrafall, da, ja, körperliche Gewalt war schon sehr im Spiel. Also gerade jetzt auch in der Pubertät. Deswegen bin ich dann später auch ausgezogen von zu Hause. Aber psychische Gewalt führt halt einfach, ja, zu Selbstmord. Viele Leute bringen sich um. Ich denke mal, ich habe recht Glück gehabt, weil ich in dem Sinne mehr oder weniger vielleicht stabil war und auf die Unterstützung meiner Freunde hoffen konnte. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Kinder bei den Zeugen Jehovas vergewaltigt werden. Ich habe auch eine gute Freundin. Ihr ist das auch passiert und die decken das alles komplett. Lil Curtis fragt sich, gibt es auch schöne Erinnerungen an deine Zeit bei den Zeugen Jehovas? Meine ganzen schönen Erinnerungen haben, glaube ich, immer etwas mit meiner Familie zu tun. Also ich habe immer nur von anderen Kindern gehört, so, oh, für schön, dieses Wochenende gehen wir ins Zirkus, in den Zirkus oder ins Kino und da war ich so, hm, würde ich vielleicht auch mal ganz gern machen. Am Samstag sind wir in der Versammlung, am Sonntag gehen wir predigen, Montag bis Freitag ist Schule. Ah ja, und am Dienstag ist auch nochmal Versammlung. Und unter der Woche sollte man auch predigen gehen und Bibel lesen und Zeitschriften lesen. Von daher vielleicht nicht ganz so schön. Und dann gab es ein paar Momente, wo ich vielleicht mit meinem Papa so einen Spaziergang gemacht habe. Das war mein Kindheitshighlight. Finja Luna möchte von dir wissen, warum bist du ausgetreten? Ausgetreten bin ich mit 16 Jahren und damals hatte ich noch gar nicht so sehr dieses Verständnis dafür, wo ich da reingeraten bin, was das für Menschen sind, wie die arbeiten, wie diese ganze Gemeinschaft überhaupt funktioniert. In meinen Augen war das einfach nur eine normale Religion. Aber irgendwas ist faul und irgendwas hat sich ganz komisch angefühlt. Und ich habe es einfach psychisch und emotional in dieser Gemeinschaft nicht mehr ausgehalten. Ich habe es meinen Eltern zu Hause nicht mehr ausgehalten, weil das einfach ein so unglaublicher Druck ist, mit dem man dann halt körperlich auch einfach nicht mehr umgehen kann. Das hat dann auch klassisch zu einer Depression geführt. Ich hatte ganz viel mit psychosomatischen Symptomen zu kämpfen. Also ich glaube teilweise immer noch. Ich glaube, das bleibt auf lebenslangen Kampf. Also leicht war es nicht. Zu der damaligen Zeit hatte ich auch einen Freund gehabt. Das war meine erste unschuldige Liebe. Natürlich durfte ich nicht mit ihm zusammen sein, weil er kein Zeuge Jehovas war. Und meine damalige beste Freundin hat mir dann gesagt, okay, pass auf. Entweder du gehst zu den Ältesten und redest mit denen, weil dir muss halt echt geholfen werden. Und ich will ja nicht, dass du stirbst im Armageddon. Deswegen will ich dir helfen. Oder du sagst es selbst. Und da war ich so, naja, also wenn das für sie eine Hilfe ist und Vertrauen, dann gehe ich lieber selbst. Und ich glaube, damals hat niemand damit gerechnet, dass ich wirklich aussteigen würde. Meistens ist es ja nur ein klärendes Gespräch, wo man zusammen betet und wo einem eingetrichtert wird, dass du es halt lassen sollst. Und dann war ich, ja, da bin ich halt hingegangen. Dann habe ich gesagt, ich bin kein Teil mehr dieser Gemeinschaft. Hattest du mit deinem damaligen Freund Sex? Nee, an Sex habe ich tatsächlich auch gar nicht gedacht. Ich fand das nur so unterhaltsam, dass jeder in meinem Umfeld, meine Eltern, die Ältesten, meine Freunde, jeder ist davon ausgegangen, dass ich nur an Sex denke. Und dass ich natürlich, ja, Sex auch schon hatte. Tatsächlich war ich so unschuldig. Ich hatte noch keinen einzigen Gedanken daran verschwendet. Das Maximale war vielleicht mal ein Kuss oder so. Mehr aber auch nicht. Kannst du dich noch an den Tag des Austritts erinnern? Der Tag des Austritts war für mich, glaube ich, relativ emotional. Also ich war sehr aufgeregt, weil ich musste ein Schreiben vorbeibringen. Natürlich hätte ich das auch per Post schicken können, aber meine Eltern haben mich damals gezwungen, das persönlich zu machen, weil sie gedacht haben, vielleicht kriege ich noch mal ein schlechtes Gewissen. Dann kam noch die beste Freundin von meiner Mutter zu mir nach der Versammlung und hat dann mit mir geredet und meinte, weißt du was, ich weiß genau, wie du dich fühlst. So war das bei mir auch. Aber das Leben ist nicht so, wie du es dir vorstellst. Das Leben ist wie eine Zitrone. Und du wirst wie eine Zitrone ausgesaugt und weggeschmissen, weil alle weltlichen Menschen sind einfach nur Dämonen. So gut wie jeder Mensch, den ich kennenlernen durfte in meinem Leben, hat mir einfach das Gegenteil bewiesen. Dass es die beste Entscheidung war, rauszugehen. Koko fragt sich, welche Konsequenzen hatte dein Austritt? Ja, nach meinem Austritt habe ich mich dann beim Jugendamt gemeldet, weil es halt so nicht weiter ging. Mir wurde auch geholfen. Ich war dann in einer WG. Damals war ich 16 Jahre alt. Bis zu dem 18. Lebensjahr hatte ich dann noch ein bisschen Kontakt zu meinen Eltern. Wir haben es nochmal versucht, aber meine Eltern haben mir halt immer wieder gesagt, wenn du 18 bist, dürfen wir keinen Kontakt mehr zu dir haben. Und das ging für mich nicht. Also ich wollte einfach nicht nochmal den Kontakt zu mir abbrechen lassen. Ich wollte mich nicht nochmal wegschmeißen lassen. Deswegen habe ich dann den Kontakt zu meinen Eltern selbst abgebrochen, kurz bevor ich 18 geworden bin. Und das ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her. Vermisst du deine Eltern? Ich glaube, die Zeit mit dem Vermissen ist vorbei. Also es wäre schön, wenn wir Kontakt hätten, wenn alles normal wäre. Aber nicht, wenn sie da drin sind, weil das ist Gehirnwäsche, das ist ja nichts anderes. Es sind auch nicht mehr meine Eltern. Ich weiß, wie meine Eltern mal früher gewesen sind, aber das sind sie halt einfach nicht mehr. Herbstmosaik fragt sich, glaubst du immer noch an Gott? Ich glaube nicht mehr an Gott. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine Energie, so etwas wie eine höhere Macht. Es ist viel leichter etwas, was wir nicht verstehen, dem irgendwie menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, menschliches Aussehen. Und das ist Gott definitiv nicht. Und da ich nicht weiß, was es da gibt, finde ich, muss ich mich damit auch nicht auseinandersetzen. Timon Fischer fragt sich, hast du es jemals bereut, ausgetreten zu sein? Das habe ich nie bereut. Das war, glaube ich, die aller allerbeste Entscheidung meines Lebens. Auf die bin ich auch am meisten stolz. Die hat mir am meisten Schmerz gebracht. Aber ohne diesen Schmerz wäre ich, glaube ich, nicht diejenige, die ich jetzt geworden bin. Wenn ihr eine andere Meinung zum Thema Religion hören wollt, dann klickt einfach hier hoch und schaut euch das Video über das Leben von Pater Nicodemus Schnabel an. auf die Bühne zu fliegen. Und dann klickt einfach hier hoch, also auf die Bühne zu planen, die wir nur schnell in der Bühne zu Verhalten haben. Und dann klickt einfach hier hoch, wenn ihr dann ein bisschen schmerz, aber es bleibt uns laut, also mal nach vorne, ich fühle, was also schlecht aufgezogen, aber es landing auf einen kleinen Schmerz. Das war sie voll.